Ich begrüße euch zu einer weiteren Episode von Splatoon 2 der Octo-Expansion. Ja, es läuft noch einmal auf hier und wir haben nicht nur gelernt, nicht nur ein länges Stück gemacht, und heute haben wir den Stapel auch. Und am Zeitlimit muss man alle unsere Ziele zerstören. Zing, wir gehen jetzt gleich mal gucken. Ich bleibe dabei, eine Zing ist ein bisschen cool, konfus, gehst du drauf, katscht es gerade im Bild, so, die wollen auch YouTube mit neuem Sammeln. Was ist das alles? Also wir gehen noch ein wenig Flash. Wir müssen auch sich, ich denke auch von Dima, wie geil das da ist. Und dann landen wir da. Und dann landen wir da. Und dann landen wir da. Fuck, man, das läuft schon direkt von Instan-Di. Ja. Ja, wir facken nicht. Äh, willst du da? Aber auch gut kann, aber wenn du da die Fischkinder kriegst, dann sterbe laut. Und dann haben wir da, wenn du da nicht um ein Level gemeldet hast. Und das läuft definitiv. Ähm. Ja, ich weiß nicht, was ich soll so, egal. Ich habe nicht gedacht, wie ich am Anfang so Probleme hatte, an dem Let's Play. Wenn die Doktor nicht mal einfach verkackt hat. Also die Doktor nicht mehr gut wäre, nicht. Das läuft hier drin. Dann haben wir dann... ...eine Robobombe freigeschaltet. Und... Wir machen da nur direkt die Führung. Ich komme nicht heute hinweg, ich bin überhaupt fertig. Weil wir fahren, wenn wir zuerst spammen haben. Dann haben wir nötzig... ...eine Schwellenheit, weil schnell das Level ist. ...die... 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 Boah, man denkt, Sniper geht jetzt wirklich ekelig, gell. Ich weiß nicht, das ist egal. Wir gehen nach Dresfalde. Ähm... Für alle acht Datentransmitter... ...muss man rechnen, an heimengenisch das Zeit für die Nehmerfleider auszuholen. Vielleicht aber auch nicht, wir gehen das mal direkt. Boah... Ich verstehe, was schon trocken war. Wir wollen die Nehmer, wenn ich nicht trocken war. Boah, da ist der Toten dann. Das ist einfach ein... Das ist kein... Ich muss nachstecken was ein... Weih... Das ist in einem... ...det... ...die... 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 ich muss dann ein gesetzer steuer oder kann ich muss oder auch mal die da war schwer ich bin ein checkpoint gut das ist gut das ist gut oh god ich bin ein checkpoint gut und das ist okay das ist komplett oh god das ist natürlich das ist doch das ist doch schau mal das ist doch so ich bin ein paar die 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 und den hülle ist wirklich ich nicht falsch machen oder Ich habe einen falschen Sprung. Ich habe zwei Sniper aus ihrem Donner. Ich habe einen Sniper aus ihrem Donner. Ich habe einen Sniper aus ihrem Donner. dann sind wir schon das ist schon das gehört also mit gemerkt wird gerade man schreckt freund Jetzt mal so nehmt die Röpner, na wie war da lege Läsch da drin? Puh. Da hat er halt wann so gebraucht, oder? Das ist die andere Welt. Das ist durch. Den sieht man scheißegal, das ist von 9. Ah, dann halt auf den Mörder. Und die Kuss. Fucking Sniper und ich ignorieren sie, egal. Ich ignorieren sie komplett und geht an Bucks. Geht an Bucks. No life got blown. Jawohl, hat got blown. Das kann man da nicht nehmt. Uiuiuiuiuiuiuiuui. Dreswolder Datentransmitter. Aber wissen wir momentan, wie viele Daten spielen. Genau, die 24, die eine 25 Daten, die von Kuss und Kuss anbieten. Die Daten Transmitter werden damit über die nächsten. Und wir haben hier ein ganzes Mal gesehen, dass wir hier ein ganzes Mal auf dem Set und wir haben hier ein ganzes Mal auf dem Set und wir haben hier ein ganzes Mal mit Pinch und Blitzbüch gesucht, und wir haben hier etwas für uns geholfen, und wir gehen uns da direkt zusammen, wir sind schon gespannt, ob wir uns da freigespielt haben. Das ist eine ganz interessante Geschichte, viele Waffe, und ich habe es hier mit den Dremden, die ich im Dörver kann und die Komabo-Rüstung-Replik Richtig geil! Und das muss Magnus auch definitiv sein! Gut rausgespielt! Weil wir sehen! Hier haben wir alles in den letzten drei Teilen oder in den letzten vier Teilen durchgeknüpft und das sind genug, dass ich hier mal drei gehabt habe da sind wir noch einmal bei drei Da sind wir schon bei 9 und mit 10 Da habe ich mit 10 Levelern ohne großen Hokus-Pokus nur mit dem Stück gemacht und das ist aber auch ein Achtel vom Spiel Wir schauen nachher an und dann bleiben wir da durch den Sepitux-Nebelkot Ähm... Wir haben leider recht eine Minute weil den hier hat man einfach ein Stück als Ziel Ich habe einfach nur zwei Level wie man beim F01 gesehen äh... Obermods und lasse mich nicht direkt gepresst Wir gehen also in den Obermods gucken bei F01 Featuring E12 und gehen wir dann direkt rüber an den F und fangen wir dort gut aus rausgesicht wenn wir dort wieder führen können natürlich wie die Leute in der Stadt feiern aber die Dingspunkte hier gibt es sicher die müssen ein bisschen werden die müssen ein bisschen werden die Musik wird zu viel die Musik wird zu viel aus dem aus dem kommt zurück und der kommt zurück dann muss ich jetzt gucken wie man Teile Materie ins gehen also hört wie läsch kären ein ding ins in alles das geht nur gleich wenn oder wo nicht viel bei nicht genug den dort ist einfach geil als den Murz hat ihren zurück das brüch steht nachher bis bei da kann die blubber blase wo wird damit muss mich da gehen und ich noch treffe auch geschossen das wäre schwierig und deshalb wird wirklich oh sch deshalb eine wirklich heilöse Busfight her ganz unerwärts und das wird nur nicht der ganzen ersten boss halbe schere so hör mal gleich das ist aber richtig salty hier so ich meine müssen immer noch drei weiß wie viel geht geht ich weiß noch wie viel geht und das läuft hat also der 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 ist gesagt hat geht das jetzt geht jetzt Dann kommen wir aus anfangs hin, dass er so seinen Blubberblasen treffen und wir nicht kommen hier ist sie nicht, dafür ist es nicht zu blöd, das ist ein Kollege. Nein, wir müssen das wirklich blöd, aber es ist schon immer schade zu erzählen, aber wir müssen auch zweimal zu mir stellen, aber wir müssen das gut sehen und das müssen wir heißen über knapp mal wieder mal zum stelle falsch zumal aufsprenger muss müssen wir nicht wenn sie spüren jetzt möchte ich bloß noch zu wissen ob es eine klare stunde hallo wir müssen einfach spiel man und ein knatter pt den anderen sehr kompakt Oh Gott, das hat wirklich schon geflogen. Wow, also die Gluba-Blaze noch mal größt. Ich denke, ich habe nur wenigstens gefeiert. Auf Sinn von ganzer Hau gesprungen. Aber ich zeige nicht, das ist auch mein Gott. Das Gerät muss wirklich sein. Guck mal, das ist zum Scheu zu stehen. Und so, die Blose. Aber ich zeige nicht. Ach du Scheiße. Ich verstehe das gerade nicht. Ich gucke mal, ich gucke mal keine Zeit. Zeitproblematik. Ich kann schon nicht, wenn wir noch ein Kold drin haben. Das ist ein Nein-Truck. Da gehen wir wohl hin. So, zwei von drei haben wir da gepackt. Aber so, guck mal, wo das Luba-Bike hat. XXL-Format. Ach ja, dazu hatten wir schon alles. Komm ich mal mit. Komm ich mal mit. Komm ich. Komm ich mal hin. ich muss aus der wüste feuch als ich gerade meine armee zählen für seinen reach so schloss man hat so größte schloss mal was da hier abgehst und ja du darfst du kannst mich naja spiel amerika zentrum ist ausrichtet ich bin ein kombi kräfer doch nicht nicht gewollt wird das schluss doch noch besser lieber ja mit her als in heim erst sehen alle werden perfekt das ist hat geht gut trägt also zögel posten aber auch netter jetzt haben wir spiel spangen wo kann zu können ich war noch ein schießen dass du der blöden alu denkst du rufest ich darf das nicht das ist mega unfair weil immer die ungerechtigkeit die viele verschiedene leiteren sohne wenn ihr hier schon richtig geil das ist unfair schwer und das ist richtig geil ich würde plötzlich sprichst du komplett hin so hoch das gut ich muss auch zu schaffen weil ich das ich schaue der vierzehn geblieben vor bänke so wie es hat zu ohnehin wir können uns selber hielen das wäre da kommen wir in haben wir schon geträgt nein wenn man freundlich sind aber ganz der ausmacht stehen der hallo aus der hallo geht die klasse dass die spitze hallo der schaden verpackt und bist du und menschen packen jetzt oder kipps nur Und gepackt. Der Preskau hat den Obermatz geschlossen und dann hat er den Intro vom F0-Lehnen gemacht. Und den E2 auf dem letzten A-Level auch aufgeschlossen. Es ist so ein Teil, ich hätte mit allem gerechnet auf den F0-Lehnen, aber nicht da. Und ich erlebe mal, als erstes zu gucken, was er mir noch freigestellt. Boah, wie geil. Wir bekommen einen Perler-Souvenire. Und ich schaue mal, was nächstes kann. Wir haben ja auch gelobt, was nächstes kann. So. Das ist eine ehemalige Sache gewesen. Weil ich habe ein bisschen Angst, oder vielleicht Hoffnung, dass man hier alle gut Bosse aufbauen kann, in einem reformierten Modus gesehen. Das hat mir Spaß gemacht. Wir sind schon einmal auf Herz gewünscht. Aber es hat mir Spaß gemacht, mit dem Obermatz zu spielen. Und von der Zeit her, von der Minuten her, sind wir alles am geringen. Und mit dem F0-Lehnen angefangen. Das ist ein bisschen, bis wir in einem langen F0-Lehnen aufbauen können. Wir werden nur lang den F0-Lehnen machen. Das geht bis hin nach hinten. Und ich denke, wir bleiben in der Linie 3, damit wir einfach hier rein und aufbauen werden. Das ist ein F0-Lehnen. Nach genug zu gehen, da geht das G einmal nach vorne, mit dem wir damals am Platz C angefangen haben. Und da geht Richtung H1, und dann der I und der Schatz, damit er das noch lang ist. Also ich steppe drauf, damit wir etwas aus dem Gefühlt her nach vorne gegangen sind. Und dann gehen wir in Richtung Gehren zurück, den wir ja damals am Platz C gemacht haben. Und dann sehen wir, dass es noch ein paar Probleme gibt. Und dann, vielleicht in Richtung M1, packen wir die F0-Lehnen und in Richtung M1, packen wir vielleicht Let's Play abzuhellen. Und zu finishen. 100% hätte ich ganz nicht mehr. Wir müssen aber hier vernünscht, die heiländische Leute präsentieren. Für meine Verhältnisse, ich kann ja immer noch nicht gut spielen. Für meine Verhältnisse waren sie ziemlich stark, aber ich denke, wenn wir das auch auf Litzbüsch reichen können, ich weiß nicht, ob YouTuber hier im Land das auch die F0 machen können. Vielleicht spielen wir ja, aber dann denken sie, für mich selber zu sprechen. Das ist ja auch immer so ein Phänomen. Ich kann mir selber sprechen, aber das nicht. Ich denke, ich habe schon genug, ich habe schon genug, wir müssen wirklich die Stapel ausgehen, als es mich gekillt hat, wenn es nur eine Minute dauert wird. Ich habe wirklich drei Labeln gepackt, ich habe vier Produzenten die ganze Zeit und zwei Stunden für ihren Job geholt. Und ich werde wirklich produktiv, es werden zwei produktiv Stunden. ein bisschen Paus machen, ein oder zwei Wochen ein bisschen ein bisschen bis ich mit Abnahme will, ich muss alles verschaffen. Aber es geht viel rum und ich habe ja wirklich einen kleinen Minibus, den mir gefällt. Und ich möchte, wir sehen, bei Film hat es noch mit den Bärluckern und das ist der Punkt, wie es zu los ist. Ich habe mir eine schöne Woche gewünscht. Ich bin glücklich, dass es nicht so gut gelaufen ist, weil es so sieben drei vier göttliche Pads hier zu schneiden, aber sie sind von der Qualität auch für ihr. Nicht zu viel Salz, nicht zu viel stinkig, mit guter Laune, verabschieden ich mich auch. So, ich möchte noch gucken, zumal der Kevin alias Dark, den Zerberus, der den an dem Haarant zieht auf dem Top hier. danke für Ihr Interesse und bis die nächste Woche. Tschau tschau. Tschau tschau.